die evolution der planung im bauministerium liebe genossen comrades toware schi ihr seht hier von rechts nach links durchs bild ziehen die ersten beiden holzfäller posten jeweils mit einem angeschlossenen lager und das größere der beiden lager das ist auch hier ans eisenbahnnetz mit angebunden und während diese beiden holzfäller posten noch recht aufwendig und verspielt geplant worden sind da sind die weiteren einheiten hier doch wesentlich effizienter geplant wobei dieser komplex hier sicherlich mit zu der elegantesten planung gehört insgesamt sehen wir acht dieser holzfäller posten hier acht holzfäller posten die dafür sorgen sollen dass zukünftig das heizkraftwerk welches hier zwiebergen nämlich mit energie versorgen soll das ist dieses gebäude hier dann zuverlässig mit brennstoff versorgt werden kann denn da hatten sich doch viele sorgen gemacht dass die brennstoff versorgung aufgrund des enormen bedarfes hier einfach nicht sichergestellt werden kann nun wollen wir mal sehen ob nicht acht holzfäller posten ausreichen um insgesamt die geschätzten zehn bis 15 tausend tonnen holz zu liefern die wir hier für einen langen winter nämlich benötigen ihr seht auch dass relativ lange eisenbahn zuwägungen hier mit angelegt worden sind denn auf dieser strecke ist der betrieb von 300 meter langen zügen geplant dies nicht um hier einen neuen rekord zu erreichen sondern um diesen zügen jeweils hier den transport von insgesamt mehr als 1000 tonnen holz jeweils zu ermöglichen holz das dann auch in einem zwischenlager wie diesem hier zum beispiel gespeichert wird dabei handelt es sich um ein lager mit einer kapazität von insgesamt 25.000 tonnen 25.000 tonnen holz die hier eingelagert werden können und die dann hier auch über die entsprechenden eisenbahn zuwägungen natürlich erreichbar sind sowohl für das eisenbahnvertriebszentrum welches die abholung des holzes jeweils von den einzelnen holzfäller posten ermöglichen soll als natürlich auch für die beiden direkten züge die geplant sind um den transport zwischen dem direkten lager des heizkraftwerkes und diesem riesen zwischenlager zu ermöglichen jetzt ist das eisenbahnvertriebszentrum welches für die abholung zuständig sein soll hier im bau allerdings ist nur ein baubüro zugewiesen das werden wir direkt mal ändern wir sagen hier natürlich der gesamten bauwirtschaft in kolani bescheid so dass die das jetzt relativ zügig auch fertigstellen können und zügig ist sicher auch das stichwort heute am 14 märz 2001 denn wir werden eine ganze menge von zügen und wagons benötigen für diesen holztransport züge und wagons die wir natürlich ankaufen können allerdings und da wurde ja auch schon öfter darauf hingewiesen besteht die bevölkerung transaustraliens doch so langsam darauf dass hier auch eigene zugfertigung und natürlich eine eigene wagons fertigung stattfindet und diese anzuplanen das wäre natürlich auch eine schöne herausforderung hier für das bauministerium denn die bauarbeiten in zwibergen die schauen wir uns jetzt auch mal an die laufen eigentlich recht gut das heißt hier brauchen wir jetzt nicht wirklich großartig eingreifen ihr seht hier die windräder die fertiggestellt werden sollen daran wird gearbeitet aber natürlich auch hier an der fertigstellung zwibergens an sich da wird auch noch mal das auswahlwerkzeug drüber gezogen so dass wir sicher sind dass die baubüros hier genug zu tun haben weitere planungen die erfolgt sind ja die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten auch das klärwerk hier für zwibergen ist bereits angeplant worden dieses seht ihr nämlich hier dabei handelt es sich um ein experimentelles klärwerk da sind wir also sehr gespannt wie gut das seine funktion erfüllen wird und unterirdisch sehen wir eigentlich nichts besonderes die leitung die ich euch zeigen wollte die sind anscheinend noch nicht geplant worden kann das denn sein ja die fehlen noch das sind diese kurzen stückchen hier das können wir direkt hier mal spontan nämlich mit erledigen jetzt hätten wir die nämlich auch mit angeplant und so wären die beiden auslässe die hier dann das sauber geklärt wasser in diesen seitenarm der tolldau entlassen natürlich auch jedenfalls planerisch schon mal mit angeschlossen am klärwerk kann also alsbald gearbeitet werden sobald natürlich hier die straße dann fertiggestellt wird und dann kann natürlich auch hier das heizkraftwerk mit dem sich direkt bevor befindlichen direkten lager mit in angriff genommen werden wichtig ist hier dass der eisenbahnbau weiter vorangeht und da sind wir hier derzeit im tunnelbau beschäftigt ihr seht auch dass hier ein edeka 300 mitten im tunnel steht und anscheinend nichts tut ja warum tut er denn nichts fragen wir uns da völlig zu recht ich überprüfe einmal hier die arbeit der auslastung derzeit im eisenbahnbaubüro da kann es natürlich sein dass es hier einen derzeitigen mangel gibt das ist aber nicht der fall zumindest 123 von insgesamt 273 arbeitskräften sind hier vor ort das sollte doch also ganz gut laufen die gezeigten projekte werde ich alsbald in den bau geben nachdem wir uns hier auch noch einmal die planung nämlich für die wasserversorgung in zwiebergen mit angeschaut haben hier wird zukünftig oberflächenwasser nämlich aus der tolldau direkt entnommen über dieses gebäude und unterirdisch könnt ihr es auch sehen dann mit hilfe der zwischengeschalteten pumpe hier direkt in dieses wasseraufbereitungswerk diese wasseraufbereitungsanlage besser gesagt befördert und von hier aus wird es mit hilfe von chemikalien entsprechende aufbereitet dann zukünftig der bevölkerung zwiebergens zur verfügung stellen weitere planung gibt es eigentlich nicht abgesehen und darauf möchte ich auch hinweisen abgesehen von einer planungsmaßnahme nämlich ins wie da war und dabei handelt es sich um die neuplanung des hotels hier auf litopar denn nach umfangreichen protesten wurde dieses als unschön empfundene hotel ja abgerissen und wird jetzt ersetzt hier durch eine großzügig gestaltete anlage die den bürgern zwiedabers aber natürlich auch ausländischen touristen hier zukünftig eine herberge bieten wird der bau hier allerdings erfordert erst die fertigstellung der zuführenden straße damit die baufahrzeuge hier entsprechend auch diesen bauplatz erreichen können und da ist das bauministerium auch sehr gespannt inwieweit sich dann dieses gebäude hier auch in die landschaft einfügen wird das sind die planung die stattgefunden haben ihr seht es heute schreiben wir den 18 märz das heißt ihr habt wirklich nichts verpasst diese folge schließt sich auch nahtlos wieder an die vorhergehende an und ich würde vorschlagen dass wir nachdem wir uns jetzt die einzelheiten der planung angeschaut haben hier seht ihr übrigens auch dass hier aufgeforstet worden ist denn die produktivität dieser wälder war doch sehr gering ihr seht hier wenig alten baumbestand in diesem bereich hier in diesem bereich ist es dagegen wesentlich mehr und sicher werden diese holzfäller posten hier hinten dann auch mit zu den effizienteren gehören vielleicht sollten wir uns das im einzelnen auch noch mal ganz kurz anschauen wir sehen hier zum beispiel den holzfäller posten an sich über eine fabrikverbindung gibt es hier ein angeschlossenes kleines lager dieses kleine lager wird dann mittels eines lkws auf direkter linie entleert in dieses große lager welches wiederum an den zweiten holzfäller posten mit angeschlossen ist und dessen anbindung hier dann über ein eisenbahngleis nämlich sichergestellt wird das ganze wird ergänzt hier dann jeweils durch eine busstation wo die arbeiter aus kolani kommend jeweils aussteigen können und eine kleine tankstelle welche natürlich hier für den oder die pendelnden lkws vorgesehen ist da müssen wir mal sehen wie viele fahrzeuge wie hier nämlich insgesamt benötigen das wird noch eine kleine überraschung sein eine überraschung die wir natürlich unser fahrzeugfabrikation in swedawa nicht vorenthalten wollen und da würde ich vorschlagen fliegen wir jetzt schon mal hin kaufen auch schon einen entsprechenden bauplan an um entsprechend der fords wirtschaft die geeigneten fahrzeuge zur verfügung stellen zu können wir schauen mal hier im rubel bereich nämlich nach in der abteilung holz denn die gibt es hier das seht ihr das sind alles die holz transporter die uns zur verfügung stehen da weiß ich jetzt eigentlich nicht direkt ob die holzfäller posten drei oder vier fahrzeuge benötigen wir schauen mal hier auf diesen bereits existierenden holzfäller posten hier auf der roten aue denn hier sind ja die gefangenen im einsatz das seht ihr die hier ihrer freiluft tätigkeit nachgehen können und das benötigte holz für die bretter produktion hier in trans australien bislang zur verfügung stehen jetzt sehen wir allerdings dass hier drei slots vorhanden sind das heißt bei drei fahrzeugen und insgesamt acht holzfäller posten würden wir 24 der direkten einsatzfahrzeuge benötigen da lohnt sich natürlich schon eine eigen produktion auch wenn ich mich frage ob sich dieser absetzmulden platz hier wirklich lohnt es sieht nicht so aus leute dieser kann bestimmt hier mit abgerissen werden das werde ich mal direkt verfügen wir werden hier dem abrissbüro ost bescheid sagen die sollen sich hier darum kümmern sollen uns auch informieren denn dann können wir dieses kleine straßenstück noch mit wegreißen danach wird diese kleine ecke wieder mit aufgeforstet und steigert so natürlich hier die produktivität unseres holzfäller postens jetzt sagten wir dass drei fahrzeuge pro holzfäller notwendig sind dreimal 18 24 und diese 24 fahrzeuge hier würde ich auch gern in den auftrag geben da schauen wir jetzt also noch mal nach den bauplänen und könnten das ganze hier nach der gesamtkapazität sortieren und oben auf der roten aue haben wir auch diese att im einsatz ja und die eignen sich doch hier als kettenfahrzeuge ganz hervorragend um auf den weichen waldböden transaustraliens dann im wald unterwegs zu sein 2,2 millionen rubel ist natürlich relativ teuer dennoch wird dieser bauplan mit angekauft und für den direkten transport zwischen den beiden lagern denn das hatten wir gerade gesehen dafür ist auch ein fahrzeug notwendig da könnten wir ja eventuell hier den tatra 815 dann spezialisiert für den holztransport nämlich mit ankaufen 22 tonnen holz können hier befördert werden das heißt hier bräuchten wir auch zumindest vier fahrzeuge vielleicht aber auch acht da müssen wir mal schauen ich werde den bauplan hier mit ankaufen und wir werden auch entsprechend die produktion jetzt hier umstellen und zwar sollen 24 der att gefertigt werden und danach geben wir mal ja acht erst mal würde ich sagen der tatra 815 nämlich mit den auftrag das sind diese acht schließen das ganze natürlich hier auch wieder durch einen pkw ab und unser export pkw das ist der fiat uno somit würde sich die fahrzeugfertigung hier vor ort jetzt schon um die produktion nämlich dieser für den holztransport und für die holzfällerei notwendigen fuhrpark kümmern wir dagegen sind aufgerufen jetzt auch die baumaßnahmen hier zu realisieren auch wenn nicht vielleicht um nämlich das eisenbahnbaubüro hier nicht zu verwirren zuvor die automatische suche hier nach den baustellen deaktivieren werde denn diese gleise hier die müssen jetzt nicht vorrangig fertiggestellt werden hier gilt es weiterhin dafür zu sorgen dass der tunnel der dann hier zukünftig das eisenbahnnetz mit dem auf zwei bergen verbinden wird dann jetzt doch zeitnahmahl fertiggestellt wird von daher die deaktivierung hier und dann könnten wir jetzt den auftrag erteilen die planung hier auch zu realisieren das ist hier mit geschehen das sehen wir ja die frage ist haben wir jetzt etwas zu tun hier vor ort direkt für das eisenbahnbauamt zum beispiel denn dieses könnte sich um dieses ganz kleine stück hier kümmern das ist durch den praktikanten bei der vorherigen planung nämlich vergessen worden das seht ihr hier handelt es sich um ein kleines stück gleis welches dann hier die befahrbarkeit aller an die grenze angeschlossenen wartegleise nämlich ermöglicht und dieses kleine stück gleis das könnten wir sicher hier dem eisenbahn baubüro in kolani nämlich noch mit zuweisen und danach müsste auch diese strecke eigentlich mal durchsignalisiert werden da kümmern wir uns aber später drum denn zuvor gilt es auch noch weitere planung durchzuführen und diese weiteren planung genossen ja die sind oft schon angemahnt worden produziert denn trans australien eigentlich eigene züge und wagons ist dadurch häufig gefragt worden und diese eigene zug- und waggonfertigung ja die besteht natürlich bislang nicht und das ist natürlich ein umstand den es möglichst schnell zu ändern gilt von daher würde ich vorschlagen dass wir jetzt daran gehen eine sogenannte eisenbahnfertigung hier mit aufzubauen das ist dieses gebäude hier nämlich die eisenbahnfertigungslinie ihr seht das ist ein relativ großes gebäude und da wir nicht nur dieses gebäude errichten müssen sondern auch ein an dieses gebäude angeschlossenes lager zwecks versorgung desselben da gilt es jetzt hier eine große ebene fläche zu finden wo wir ohne umfangreiche terraform maßnahmen nämlich arbeiten können eventuell wäre dieser bereich hier geeignet aber ich möchte nicht direkt hier im umfeld von kolani jetzt industrie errichten das wäre ein bisschen unschön wenn hier nämlich die verschmutzung der industrie dann nach kolani selbst gelangen würde von daher würde ich vorschlagen dass wir uns im näheren umfeld mal umschauen und zwar ja hier können wir leider nichts machen denn hier befinden sich die forstwirtschaften jetzt kommt uns das auto safe dazwischen eventuell hier in diesem bereich das wäre durchaus möglich hier hätten wir genug platz dafür dieser bereich hier ist vorgesehen für die chemikalienfertigung das heißt da wollen wir jetzt auch nicht den ganzen platz verbrauchen ja wir schauen mal ob wir das hier vorne nicht mit untergebracht kriegen und zwar hier zwischen der letzten forstwirtschaft und diesem eisenbahn kreisverkehr mit dieser tankstelle die auch noch nicht versorgt wird das ist natürlich eine kleine schlamperei die hier zu bemängeln ist da sagen wir aber direkt mal hier minol bescheid dass die sich jetzt hier um die versorgung kümmern sollen und zwar sollen sie diesen tank hier nämlich auffüllen dass das hier bislang noch niemanden aufgefallen ist das verwundert mich zu 80 prozent sollen sie versuchen hier diesen tank mit treibstoff zu füllen und eventuell wäre es sinnvoll nicht nur einem minol büro sondern gleich zwei hier nämlich bescheid zu sagen dann teilen die sich hoffentlich nämlich diese arbeit ein wenig auf auch dieses vertriebsbüro soll sich also hier um die versorgung kümmern so dass die tankstelle hier zukünftig nämlich auch benutzt werden kann wir schauen mal wo eigentlich jetzt unser baubereich läge denn wir können natürlich nicht hier in den bereich dieser sich hier befindlichen forstwirtschaft hineinplanen das wäre ein bisschen unschön das heißt hier schauen wir jetzt erstmal wo eigentlich die grenze dieser holzfällerei liegt und das sehen wir hier anhand dieses kreises mehr oder weniger bis in diesen bereich können wir also hineingehen da sollten wir uns eine markierung mit anlegen das wäre ungefähr hier wenn ich mich nicht irre wir prüfen das aber auch noch mal das wäre unschön wenn wir jetzt hier den wald abholzen würden den wir eigentlich für die forstwirtschaft nutzen wollen ihr seht dass das so halbwegs passt hier von der entfernung zu dieser forstwirtschaft hin und wir könnten auch schon nachdem nämlich diese bauprojekte hier in auftrag gegeben worden sind der lokalen bauindustrie hier mit bescheid sagen dass sie zumindestens die zufahrten hier errichten sollen diese aufträge haben sie jetzt auch erfasst und wenn ich von der pause gehen dann kann es natürlich hier auch weiter voran gehen sie müssten hier wahrscheinlich diese straße benutzen eine straße die es auch noch zu asphaltieren gilt nur darum kümmern wir uns jetzt nicht jetzt schauen wir erst mal ob wir nicht die planung hier für eine eisenbahnfertigung nämlich vernünftig angelegt bekommen und zwar denn im bereich zwischen diesem gehweg den wir hier links sehen und mehr oder weniger dem eisenbahnkreisverkehr hier rechts hier könnten arbeiter sowohl aus kolani mit dem zug herangefahren werden als auch aus swidawa von daher ist dieser standort eigentlich ganz gut gewählt finde ich das heißt wir könnten die expresszüge die in zukunft überflüssig werden da wir dann genug arbeitskraft nämlich in kolani vorrätig haben um lenken und diese hier nämlich in die zu planen der eisenbahnfertigung schicken genau nun aber ja gilt es erst mal zu schauen was eigentlich hier diese eisenbahnfertigung dann benötigt in der fortschrittlichen industrie sehen wir es hier die brauchen stahl kunststoffe elektronik bauteile stoff mechanische bauteile und elektronik das natürlich ein umfangreiches sortiment von benötigten material das heißt hier gilt es auf jeden fall doch ein externes lager zu errichten und da schnappe ich uns jetzt einfach mal hier unser baustoff lager da dieses lager sicher aufgrund des relativ großen speichers hier doch sehr bewährt hat würde ich vorschlagen dass wir das hier irgendwo errichten und natürlich auch dafür sorgen dass hier natürlich die belieferung auch per zug erfolgen kann das wäre der plan das ganze hier vielleicht irgendwo mit an zu planen ja das könnten wir so machen hier in diesem bereich und das ganze benötigt also zugangs gleise da wären betongleise hier mit angelegt und diese betongleise sollten wir hier auch an das bestehende eisenbahnnetz natürlich mit anbinden das ganze wird dann vielleicht mal so mit geplant von hier aus kommend müssten die züge hier nämlich einfahren nur gefällt mir das hier nicht in der kurve direkte das heißt hier würde ich vorschlagen dass wir vielleicht in diesem bereich hier mit herangehen nachdem die entsprechende korrekte ausrichtung hier nämlich gefunden worden ist das wäre dann so ja so wäre das richtig hier da könnten die züge hier einfahren wir werden hier auch ein zweites wartegleis mit anlegen damit gleichzeitig hier die belieferung dann durch zwei züge auch erfolgen kann vielleicht nicht so lang so lang da habe ich mich verplant hier so lang benötigen wir das nicht nein die züge werden gestartet hier vom zugvertriebszentrum und dieses zugvertriebszentrum hat die maximaleinstellung von 120 metern das heißt wir können uns hier wirklich auf einen wartebereich in dieser länge dann auch beschränken hier werden es nämlich schon 180 meter also das ist wirklich mehr als genug von daher können wir hier auch ein kleines stück gleis wieder entfernen und entsprechend hier dann die weiche mit anlegen so sollte das eigentlich funktionieren die einfahrt kann hier erfolgen und die ausfahrt dann entsprechend hier auf dieser seite da können die sich hier nämlich wieder an das eisenbahnnetz mit anbinden da können wir allerdings ein bisschen großzügiger planen denn wir brauchen auch noch gleis strecke für die sich dann zukünftig dahinter befindliche zugfertigung an sich natürlich ja und von daher wird das jetzt hier so einmal mit angelegt ich versuche auch direkt diese überflüssigen notes hier zu entfernen um diesen bau dann möglichst schnell auch durchführen zu können ja so wäre das in ordnung ein zweites ausfahrt gleis können wir auch mit schaffen ja wieso denn nicht das könnte so dann angeplant werden hier soll natürlich auch ein bisschen hübsch aussehen deswegen schauen wir mal könnten wir das so machen genau und da hätten wir jetzt schon die planung hier für ein lager ein lager für das material dieser eisenbahnfertigung und an dieses lager direkt da müssten wir dann die fertigungsstrecke mit anschließen und noch zusätzlich eine s-bahnstation das wäre notwendig das heißt jetzt gehen wir in die planung der fertigungsstrecke das ist diese anlage hier 400 arbeiter und 100 ingenieure können hier beschäftigt werden und da würde ich diese anlage mich so rum planen wollen mit der ausrichtung der eisenbahnstrecke nach hinten denn das würde sinn machen da könnten wir dann eine zusätzliche zufahrt nämlich schaffen und auch irgendwo hier in diesem bereich noch die erforderliche s-bahn station mit anlegen so wird es jetzt einfach mal geplant von hier aus führen natürlich dann auch wieder gleise an das bestehende eisenbahnnetz und da ist die frage ob wir das hier auch ein bisschen schön hinbekommen ich probiere es mal und zwar wenn wir das ganze somit anplanen hier dann sollte auf jeden fall die ausfahrt der züge hier nämlich gewährleistet sein diese überflüssige not können wir hier entfernen und ja brauchen wir der einfahrt ist die frage in diese zug fertigungsstrecke eigentlich ja nicht oder eigentlich nicht doch die benötigen wir leute die benötigen wir denn wir legen hier betongleise an und hier werden eventuell auch elektro züge gefertigt und damit die von hier aus geschleppt werden können müssen wir die zufahrt für loks hier gestatten das heißt hier gilt es auch entsprechend eine zufahrt mit einzuplanen eine zufahrt die dann auch hier erfolgen soll und das ganze könnte sich hier ganz hübsch eigentlich mit anbinden müssen wir mal sehen ja so gefällt mir das schon das heißt von hier aus kann die zufahrt erfolgen hier wäre die ausfahrt und dann sagten wir benötigen wir hier eigentlich nur noch eine station für die s-bahnen sowohl dann aus kolani kommend als natürlich auch für die expresszüge die arbeiter aus wie da war hier heranbringen und da schauen wir mal welche station hier eigentlich geeignet wäre es sollten zumindest zwei gleise dann zur verfügung stehen ein kleiner bahnhof ja dieser hier könnte doch da unserem zwecke entsprechend hier hinten dann eventuell mit angelegt werden dann könnten sie nämlich hier seht ihr das hier ist ein zugang für einen fußweg der könnte hier nämlich geschaffen werden allerdings hätte ich auch gerne s-bahnstation die hier über eine straßen anbindung verfügt allein um die notwendigen bauarbeiten hier ein bisschen zu beschleunigen da müssen wir mal schauen ob wir da nicht was geeignetes finden hier so ein kleiner bahnhof ein kleiner bahnsteig der sollte doch reichen hier zum ausstieg da schnappen uns den hier der könnte hier dann mit angelegt werden das ganze binden wir dann hier auch an das straßennetz entsprechend mit an das heißt die müssten hier das gleis überqueren das wäre aber kein problem denn dieses gleis ist ja nur als zufahrts gleis geplant von hier aus ja von hier aus gilt es eigentlich mal eine verbindung hier zu schaffen oder doch das macht sinn hier verbinden wir dieses lager mit der eisenbahnfertigungsstrecke und an diesen anschluss da setzen wir dann die entsprechende zufahrt hier zu der s-bahnstation das ist diese und das ganze muss jetzt natürlich hier auch noch mit der straße an sich verbunden werden hier unten das heißt von hier aus gilt es irgendwie durch den bereich zu kommen der nicht blockiert werden kann durch wartende züge das heißt da würde ich vorschlagen dass wir uns hier durch arbeiten denn hier auf dieser seite besteht das risiko dass wir dann die straßen zufahrt durch wartende züge blockieren das heißt wir werden hier das gleis überqueren und uns hier dann irgendwo ans straßennetz nämlich mit anschließen das könnte hier geschehen stellen auch noch hier die verbindung mit her und hätten jetzt im großen und ganzen die notwendigen gebäude geplant sollten allerdings auch für die s-bahn dann hier noch eine entsprechende zufahrt mit einplan eine zufahrt die sich ja die sich eigentlich auch aus dieser richtung hier mit anbinden sollte da sollten wir für sorgen dass hier auch eine zufahrt aus richtung kolani dann ohne zuvorige zu vorherige durchfahrt des eisenbahnkreisverkehrs erfolgen kann dafür sorgt dieses gleis und wo wir dabei sind sollten wir auch die ausfahrt in richtung svidawa ermöglichen durch ein zusätzliches gleis hier nämlich genau und jetzt gilt es nur noch hier die s-bahn an sich mit anzuschließen auch hier würde ich vorschlagen dass wir dafür sorgen dass dann zwei züge gleichzeitig hier zurecht kommen das heißt hier können wir zwei gleise direkt als einfahrtsgleise mit anlegen schließen uns hier an die zufahrt an das passt soweit das ganze wird hier mit angebunden ja das sollte passen hier das heißt aus dieser richtung kommen die züge aus kolani und aus vidawa eingefahren und ich bin schon wieder auf der pause leute das ist unschön und die rückfahrt gestatten wir dann über dieses gleis hier hinten nämlich und schließen uns hier dann an die bestehenden planung nämlich mit an so häufig werden hier keine ausfahrten erfolgen von daher hoffe ich dass das hier relativ problemlos dann läuft und falls eine höhere kapazität hier für die durchfahrt dieser eisenbahnfertigungsstrecke notwendig ist können wir hier später noch weitere gleise nämlich mit anschließen hier allerdings sorgen wir auch dafür dass eine ausfahrt erfolgen kann und sind doch jetzt eigentlich relativ zufrieden hier ob der stattgefundenen planung doch wir benötigen noch elektrizität zukünftig können hier vorne noch parkplätze mit angeplant werden eventuell notwendige erweiterung wie zum beispiel eine lkw ladestation hier für dieses lager falls es denn benötigt wird wir dagegen können das ganze jetzt hier in den bau geben und sagen hier allerdings und das wäre eine verbesserung dem eisenbahn baubüro hier aus wie da war nämlich bescheid denn die haben jetzt wirklich nichts zu tun gerade das heißt die könnten sich um diese gleise hier hinten nämlich kümmern ich werde mal hier den diese baustellen nämlich zuweisen und hier kommen sie nicht ran warum kommen die hier nicht ran ist die frage und die frage kann ich euch nicht beantworten denn eigentlich könnten sie doch aus dieser richtung kommend hier lang fahren das natürlich ein riesen umweg hier einmal wenden und dann wiederum hier diese abschnitte mit erreichen es klappt aber nicht sagen sie na gut da müssen wir mal schauen ob wir hier noch was verbessern müssten wir könnten nämlich die signale hier ein wenig versetzen und zwar dieses signal das könnte jetzt hier mit hin so schaffen wir nämlich hier eine strecke zum umdrehen dann können die hier rein fahren und hier wenden und aus dieser richtung kommend ja da könnten sie doch hier rein fahren eventuell sollten wir dieses gleis dann dieses signal besser gesagt hier hin legen dann könnten sie hier nämlich durchfahren und hier ein stück zurückfahren mal sehen ob das dann relativ problemlos klappt gleichzeitig gilt es eigentlich dafür zu sorgen dass der derzeit laufende verkehr hier nicht behindert wird hier dagegen ja dieses signal hier ist ein bisschen ungünstig das werden wir noch mal entfernen und diesen block hier wenig ein kürzen mir geht es nur darum hier den kreuzungs bereich jetzt nicht unnötig zu vergrößern denn früher oder später da wird natürlich hier dann auch der gleisbau stattfinden aber so weit so gut würde ich sagen wir hätten hier die planung für die eisenbahnfertigungsstrecke durchgeführt sollten die straßen jetzt hier auch entsprechend mit in den auftrag geben das ist hier mit geschehen und sagen auch unserer lokalen bauwirtschaft bescheid dass sie hier die zufahrt errichten sollen ihr seht dass sie hier noch derzeit an den zufahrten auch für die forst wirtschaften arbeiten und hier hier werden schon die ersten gebäude saniert das sind sanierungsarbeiten die hier stattfinden wird unser betonwerk auch gerade saniert wir sehen es hier ja ja die ersten sanierungen finden in kolani auch schon statt das dauert natürlich nicht lang da wir auch die sanierungsschwelle hier auf 30 prozent nämlich festgelegt haben und ich würde gerne mal sehen ob jetzt hier unser eisenbahnbauamt sich verdient macht aus wie da war die sollen hier mal herangefahren kommen warum sie hier nicht rankommen das weiß ich nicht leute das weiß ich nicht ich probiere es noch mal ob eventuell hier jetzt die veränderung der signale ja die hat wohl dafür gesorgt dass diese abschnitte nämlich jetzt hier auch erreicht werden können prima das heißt das behalten wir im auge hier sehen wir dass auch die tankstelle jetzt nämlich genutzt wird nachdem wir hier die treibstoffversorgung etabliert haben das ist ganz gut das ist ganz gut denn dadurch ersparen wir sicherlich den diesellokomotiven hier einige umwege und wir schauen mal wie es eigentlich hier jetzt mit dem klärwerk und dem heizkraftwerk weitergeht denn die wichtige zuführende straße hier die ist noch nicht zugewiesen worden die sollen sie natürlich auch errichten hier in zwiebergen ja da geht es eigentlich ganz gut voran finde ich und ich bin schon wieder auf der pause gelandet leute zur strafe gehen wir jetzt auch direkt hier auf die schnellere geschwindigkeit um die verlorene zeit hier wieder mit einzuholen sagen hier der bauwirtschaft auch noch mal bescheid es wäre auch ganz schön wenn sie hier auf der ernst-thehrmann-insel nämlich endlich die stromversorgung fertigstellen könnten das wäre auch von vorteil denn dann könnte hier zum beispiel auch dieses baubüro endlich mit strom versorgt werden und wir könnten dort die direkte betankung nämlich ermöglichen diese gleise hier sollten jetzt noch nicht zugewiesen sein das passt auch denn unsere eisenbahnen oder besser gesagt gleisbauer die machen sich hier wahrscheinlich immer noch im bereich des tunnels nämlich verdient da schauen wir mal ja ihr seht es hier ist die tunnelbohrmaschine unterirdischem einsatz das heißt in kürze werden sie hier auch die andere seite nämlich die seite zwiebergens erreicht haben das ist gut denn aufgrund der langen anfahrt wird das wahrscheinlich ein weilchen dauern bis sie hier dann jeweils die einzelnen abschnitte erreichen können und hier vor ort denn dafür sorgen dass das gleisnetz weiter mit ausgebaut wird hier das große zentrallager ja das könnten wir mit den auftrag geben genauso wie natürlich auch hier die tankstelle nur sehe ich auch ja nur sehe ich auch dass hier dieser gleisbauzug jetzt stoppt und das ist wahrscheinlich aufgrund der derzeitigen signalisierung der fall da müssen wir nämlich mal schauen ob wir hier nicht noch was verbessern können ab hier sind die signale nämlich auf rot gestellt das ist die durchgehende strecke hier ja was könnten wir hier dann machen wir könnten hier eventuell direkt am tunneleingang noch ein signal mit anlegen müssten jetzt mal schauen ja sind immer noch beide rot denn wir haben den tunneleausgang entsprechend noch nicht hier signalisiert jetzt allerdings ja jetzt sollte die einfahrt parallel hier auch möglich sein in diesem tunnel da müssen wir mal schauen ja wir sehen aber der super dkg u5 der macht sich jetzt hier nämlich auf den weg und ihr seht auch hier links der strecke die planung für die relativ großzügigen umgehungs gleise und die sind natürlich deswegen so großzügig ausgeführt worden weil wir mit diesen 300 meter langen zügen rechnen in zukunft und da gilt es natürlich auch hier das eisenbahnnetz entsprechend darauf vorzubereiten denn wir können es auch nicht akzeptieren dass hier dann der laufende personenzugverkehr ungehörig unterbrochen wird werden den baubüros auch hier einmal jetzt die lange straße nämlich mit zuweisen ihr seht das ist doch ein recht aufwendiges projekt 2000 arbeitstage 666 tonnen kies wie lang ist die straße eigentlich denn ich könnte mir vorstellen dass das die bislang längste einzelstraße ganz trans australiens nämlich ist wenn wir hier alle punkte löschen und von der kreuzung aus das ganze hier vermessen so ungefähr jedenfalls da sind es hier wegstrecke 1197 meter beinahe zwei kilometer straße die es hier fertig zu stellen gilt gut das ist also eine ganze menge das ist ein riesen projekt hier wird am zug verteil büro gearbeitet da geht es gut voran und die frage ist ob sie diese kleine weiche fertiggestellt haben das ist der fall hier prima dann kann hier nämlich auf dieser strecke auch die endgültige signalisierung jetzt nämlich erfolgen von hier aus soll eingefahren werden diese signale können wir entfernen hier vorne denn die waren nur für die zeit des baus nämlich notwendig von hier aus kann ausgefahren werden und zwar in diese richtung ja und die frage ist ob wir hier schon zuweisungen treffen oder ob wir diese abschnitte nicht auch dem eisenbahnbaubüro nämlich aus wie da war mit überhelfen die könnten sich hier eigentlich verdient machen ihr seht hier haben sie schon das erste stück nämlich fertig gestellt ja das ist gut die haben reichlich arbeitskräfte das heißt die können sich hier wirklich um die weitere fertigstellung kümmern hier sind sie noch nicht mit rangekommen werden natürlich aufgrund der langen anfahrt jeweils auch hier die express züge aus wie da war nach kolani kommend dann behindern das können wir leider nicht vermeiden leute da hier gilt es dafür zu sorgen dass die einfahrt in beide richtungen jeweils möglich ist hier werden sie ankommen können hier dann in beide richtungen fahren genau hier soll sowohl vor als auch zurückgefahren werden können denn dann können diese abschnitte hier hoffentlich ganz gut fertig gestellt werden und danach ja danach geht es eigentlich hier nur in in eine richtung weiter genau und hier könnten wir das ganze noch mal in kleinere blöcke unterteilen auch hier eventuell noch ein signal dazwischen und das ist ja mehr oder weniger hier schon die endgültige signalisierung auch wenn wir eventuell hier ein bisschen näher an kreuzungs bereich rangehen könnten um so natürlich die durchsatz geschwindigkeit die derzeit bei null liegt denn hier fährt ja wirklich niemand hin aber zukünftig werden hier sachen natürlich abgeholt werden allein auch schon für unsere zugfertigungsstrecke von daher können wir hier durchaus eine kleine optimierung durchführen ja so sollte das passen hier ist die einfahrt möglich ein und ausfahrt jeweils von hier aus auch ein und ausfahrt in beide richtungen und hier kommen dann die eisenbahn bauzüge an sollten wir unserem aber hier in kolani bescheid sagen ich meine die sitzen direkt um die ecke nur haben die natürlich nicht so viele arbeitskräfte zur verfügung wie drüben ins wie da war von daher verzichte ich hier vorerst jedenfalls drauf werde vielmehr diese strecken hier diese beiden hier dann doch beim ebba in es wie da war nämlich belassen mhm das sind die planungen soweit leute jetzt sehe ich aber auch schon dass die zuführenden straßen hier mit abgeschlossen worden sind das heißt hier bei der forstwirtschaft naja hier leider noch nicht und hier auch noch nicht da kann er bald zügig weitergearbeitet werden auch hier für die eisenbahnfertigungsstrecke gilt selbiges das heißt hier wird weiterer straßenbau durchgeführt diese strecken elemente kennen die eisenbahnbauer ja dann haben wir hier eigentlich alles ganz gut im griff jedenfalls meiner meinung nach wichtig wäre noch eine entsprechende stromversorgung mit herzustellen und ja da ist natürlich die frage wie viel energie verbraucht eigentlich solch eine eisenbahnfertigungsstrecke und da ist die angabe die wir hier nämlich in der übersicht sehen wahrscheinlich gar nicht so hilfreich hier sehen wir dass wir da muss ich mal schauen maximale watt zahl von 3,6 megawatt haben maximalen stromverbrauch pro tag von 214 megawattstunden ja das bedeutet alles nicht so viel leute das bedeutet nicht so viel denn die frage ist natürlich wie viel verbrauchen wir wirklich hier zum beispiel in der fahrzeugfertigung da verbrauchen wir mehr oder weniger 0,5 bis 1 megawatt das ist also gar nicht so viel 0,5 bis 1 megawatt und bei der fahrzeugfertigung da wird angegeben fahrzeugfertigungslinie dass wir hier 123 megawattstunden verbrauchen pro tag maximal und 2,05 megawatt die sicherung ist das heißt das ist wohl der absolut höchste stromverbrauch nur sehen wir hier auch dass dieser diese anzeige ja nur bis 1,64 megawatt geht das heißt wir werden maximal ein megawatt hier verbrauchen auch in der eisenbahnfertigung und können uns daher hier die errichtung einer hochspannungsleitung ersparen sondern setzen hier einfach auf mittelspannung mittelspannung die uns hier ja auch irgendwo zur verfügung steht nämlich hier zum beispiel das sehen wir der verbrauch hier zum beispiel an diesem switch der liegt bei null hier ist nur ein umspannwerk mit angeschlossen und dieses umspannwerk versorgt eigentlich hier mehr oder weniger die helikopter sehen übel aus leute die sehen aber übel aus hier schon 60 prozent abnutzung 64 prozent 62 prozent fahrzeug zur reparatur schicken ja die soll mal repariert werden suche eine werkstatt wir haben doch hier eine werkstatt zugeordnet ist nur die frage ob diese helis da hinten eventuell außerhalb der drei kilometer liegen da müssen wir mal schauen wenn wir hier oh ja die liegen genau außerhalb der drei kilometer das ist ungut die können wir auch nicht erweitern hier die können wir nicht erweitern das heißt eigentlich müssten wir die helis irgendwo hinfliegen lassen und in diesem falle werde ich die jetzt mal einzeln hier das ist natürlich ein bisschen aufwändig zu dieser werkstatt schicken denn hier haben wir eine helikopter lande plattform das heißt da könnten diese hochwichtigen löschhubschrauber doch mal repariert werden ich werde jetzt das risiko eingehen direkt alle dort mal hin zu schicken ja obwohl der dauert die reparatur wieder länger ja trotzdem machen wir das mal wir schicken mal alle helis hier in die reparatur die reparieren jetzt hier gerade nämlich nur ein trollibus das geht aber ganz gut voran hier kommen unsere löschhubschrauber jetzt an der hotelbau hier oben der geht nicht voran weil hier kein baubüros ah nein 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 baustellen entfernen hier sollen natürlich nicht die leute aus kolani arbeiten sondern hier aus wie da war natürlich das heißt hier müssen die entsprechenden baubüros hinzugefügt werden das hätte wirklich böse enden können denn wir hätten hier eventuell unsere gesamte bauindustrie dorthin geschickt das geht natürlich nicht hier sehen wir jetzt auch die ersten bauzüge jetzt ankommen und da bin ich mal gespannt wo er jetzt hier hinfährt ja wahrscheinlich wird er sich nämlich die strecke für die forstwirtschaft hier schnappen und da muss er kurz abbremsen denn das ist das zugvertriebszentrum welches ja hier das baustofflager in kolani bislang ganz hervorragend und zuverlässig versorgt und dieses zugvertriebszentrum das werden wir zukünftig dann auch einsetzen um diese fahrzeugfertigungslinie entsprechend mit den notwendigen materialien nämlich zu versorgen denn da hätten wir geschlossene wagons zur verfügung und wir hätten auch diese sogenannten offenen diese rungen wagen zur verfügung das heißt der stahl der kann herantransportiert werden aber von der grenze aus kommend kann dann auch stoff abgeholt werden und ja was brauchen wir noch stoff wir brauchen komponenten wir brauchen alles mögliche und ich frage mich gerade wo wir jetzt hier hin fahren leute das ist interessant oder hier wo fährt unser edeka 300 hin der dreht hier um okay das ist natürlich eine kreative streckenwahl hier des lokomotiv führers fährt jetzt hier weiter er hat jetzt sozusagen umgedreht okay das heißt diese streckenwahl war für ihn kürzer als durch den eisenbahn kreisverkehr zu fahren und im hintergrund sehen wir schon die züge nämlich warten und abstoppen denn so ein edeka 300 der ist natürlich sehr langsam der hat eine maximal geschwindigkeit hier von 65 kmh nämlich das heißt hier müssen wir doch jetzt mit einer deutlichen aber vorübergehenden einschränkung unseres passagierverkehrs rechnen der jetzt hier von hinten auch drängelt schon ihr seht es die müssen jetzt jedes mal wieder abstoppen weil die natürlich wesentlich schneller fahren als hier solche ein edeka 300 und jetzt steht er von einem roten signal okay jetzt stehen hier die stehen hier alle vom roten signal warum ist das so leute weil wir hier nämlich noch keine signale gesetzt haben das heißt er darf dieses ignorieren fährt jetzt hier durch wo will er denn hin er dreht hier jetzt um er will diesen abschnitt hier fertig stellen er will diesen abschnitt fertig stellen okay das heißt auch hier darf einmal dieses rote signal ignoriert werden wenn diese kleinen stückchen hier fertig sind werden wir hier signale hinstellen dann ist die strecke hier wesentlich besser befahrbar und sie kümmern sich ja relativ gut das seht ihr das geht relativ schnell hier schön hier wartet der expresszug natürlich das ist ärgerlich klar aber das ist wie gesagt hier vorübergehend und er lässt den edeka 300 vor das war jetzt nicht so eine weise entscheidung macht aber auch nichts wir schauen mal hier ob wir nicht schon die ersten gebäude zuordnen können das ist leider noch nicht der fall denn hier gilt es noch die entsprechenden zufahrten mit fertig zu stellen früher oder später wird es hier vorangehen das ist interessant wir müssen jetzt nur aufpassen dass wir hier keine blockaden nämlich erleben hier hatten wir bescheid gesagt das heißt früher oder später sollte sich das eisenbahnbauamt in zwiedawa hier auch drum kümmern aber die haben ja jetzt auch nur noch zwei edeka 300 zur verfügung hier genau und eventuell wäre es von vorteil wenn wir einen gleisbau zug hier von kolani aus dort wieder hinschicken würden jetzt ist nur die frage welchen der tolle edeka 2000 wie schnell kann der fahren das wäre ein vorteil ja wenn wir den hier zum nämlich rüberschicken nach zwiedawa das werde ich jetzt mal tun denn dort stehen mehr arbeitskräfte zur verfügung und der ist relativ schnell das heißt der kann eigentlich hier durch die kollegen dann genutzt werden und wird sich jetzt hier auf die fahrt machen hoffentlich ihr seht es er hat das eisenbahnbauamt schon verlassen und fädelt sich jetzt hier in den verkehr mit ein ok prima das heißt das läuft hier hatten wir so weit es ging eigentlich diese forstwirtschaften zugewiesen da muss ich auch mal schauen ob die hier hinterher kommen ja hier geht es voran das seht ihr weitere bauprojekte können hier auch mit ausgewiesen werden auch hier können wir jetzt nämlich schon den bahnhof erreichen und bald sind auch die zufahrten sowohl hier zur eisenbahnfertigung als auch zum angeschlossenen lager fertig das ist also ganz gut das läuft okay dann ist die frage wie geht es hier beim heizkraftwerk voran da müssen wir mal schauen denn hier wird an der straße gearbeitet das ist direkt eine asphaltstraße das dauert natürlich relativ lange ja geht aber voran hoffentlich und hier diese kiesstraße unser längstes bauprojekt überhaupt die ist in auftrag genommen das sieht auch ganz gut aus hier die unfertige straße 359 0 ok prima dann läuft das hier eigentlich da können wir ganz zufrieden mit sein wir schauen hier auf der ernst tellmann insel noch mal vorbei die bauprojekte sind alle zugewiesen das heißt unsere lokale bauwirtschaft die hat wirklich genug zu tun das seht ihr hier hier auch in zwiebergen selbst dieses namensschild können glaube ich entfernen hier abbrechen das klappt ihr seht es und ja der name hier sollte auch geändert geändert werden zwitt kurve das kann ist natürlich missverständlich hier handelt es sich natürlich um zwiebergen nur zwiebergen haben wir hinten schon verwandt das heißt dass es zwiebergen die zwiebergen wie kann man diesen stadtteil nennen zwiebergen 1 nenne ich das jetzt erst mal und wenn ihr eine schöne bezeichnung habt für diesen stadtteil hier der rund um den wall um unsere seepromenade gelegen ist dann lasst es mich gerne hier nämlich in den kommentaren wissen wir können auch mit freude feststellen dass diese promenade dieser steinernde wall jetzt wirklich hier doch voll umfänglich fertiggestellt worden ist ja sehr gut das heißt wenn der tunnel hier fertig ist was allerdings noch nicht der fall ist da hier noch daran gearbeitet wird ja das dauert noch einen kleinen moment dann könnten nämlich auch die bauarbeiten hier am strande selbst stattfinden und das wäre natürlich auch wieder ein schöner fortschritt hier ja zwiebergen entsteht doch relativ schnell so weit zurück liegt der baubeginn jetzt auch nicht das jahr 2001 ist auch erst zur hälfte vorangeschritten da bin ich eigentlich ganz zufrieden dass wir da gut vorankommen ich schaue bei der gelegenheit erstens jetzt einmal hier nach unseren helikoptern wie es denen geht und die sehen schon wieder gut aus leute die sehen gut aus denn die dürfen wir nicht vergessen hier 24 prozent abnutzung ja ist natürlich immer noch ein bisschen unschön aber wesentlich besser als die 60 prozent zuvor und wahrscheinlich haben wir hier in aluminiummangel nein das nicht der fall kein mangel arbeiter sind vorhanden wieso haben sie denn hier nicht zu reparieren sie haben doch hier die helikopter muss ich hier der letzte service liegt weniger als ein jahr zurück oh das ist unschön leute das ist unschön das heißt die können jetzt hier nicht weiter repariert werden ja was das jetzt soll das kann ich euch nicht sagen wir werden sie auf jeden fall jetzt hier wieder ihrer feuerwehr überstellen wenn auch nicht vollständig so doch jedenfalls teilweise repariert die sollten sich hier auf den weg machen eigentlich soll man hier starten nein wir wollen keine route einrichten und alle fahrzeuge umquartieren klappt nicht das heißt wir müssen hier doch wirklich händisch den einzelstart veranlassen ihr seht es damit die mi 26 sich auf den weg machen was aber geschehen ist gut zufahrt hier dauert noch ein bisschen wir gucken noch mal ob weitere dinge zu erreichen sind das ist nicht der fall überprüfen das hier bei den forstwirtschaften auch noch mal um uns dann noch einmal hier dem heizkraftwerk zu widmen denn hier ja hier liegt es noch weit weit von jeder erreichbarkeit entfernt insgesamt sind es aber nur 5700 arbeitstage das ist eigentlich in ordnung das ist nicht so viel hier wird die straße fertig gestellt und die frage ist ob wir die helikopterbauindustrie hier mit in den einsatz bringen sollten stehen denn hier helis rum ja die könnten zusätzliche jobs hier nämlich erledigen finde ich auf jeden fall hier in kolani da könnten sie sich und das ist wichtig leute da könnten sie sich hier schon ums wasserwerk nämlich kümmern das ist eine wichtige anlage dann das heizkraftwerk natürlich und das klärwerk und selbiges gilt hier eigentlich auch für die helis aus wie da war die sollen sich natürlich auch nicht dort in langeweile ergehen das heißt diese wichtige infrastruktur wird jetzt hier auch bevorzugt fertiggestellt ja hier sieht es gut aus haben wir gesagt und eine sache die mehr aus der letzten episode noch erinnerlich ist dort hatte ich versehentlich hier und darauf hattet ihr mich in den kommentaren hingewiesen eines dieser schrottschiffe nicht weg geschickt und wenn ich es recht erinnere dann war es nämlich dieses hier das werden wir jetzt erstmal hier ins depot schicken genau denn das ist für die müll abholung hier ist überflüssig wir hatten ja hier die linie derart optimiert als das eine dieser garbage scouts sich sowohl um die abholung des metallschrottes als auch um die abholung des sondermülls kümmerte wenn ich es nämlich recht erinnere genau der gemischte müll wird hier abgeholt und die dünge schiffe die holen ja hier den biomüll nämlich mit ab das heißt das läuft eigentlich ganz gut hier geht es jetzt nicht wirklich so zügig voran doch geht es ihr seht hier die zufahrt ist nämlich fertig gestellt worden was nichts anderes bedeutet als dass die eisenbahnfertigungsstrecke an sich jetzt auch gebaut werden kann hier bleibe ich natürlich auf play und überlege ob es sinn macht hier die stromversorgung mit herzustellen denn da hatten wir darüber spekuliert haben gesagt dass eigentlich ein megawatt ausreicht und dieses megawatt käme ja hier über diese mittelspannungsleitung an diesen switch wird hier auch nicht abgefragt durch dieses umspannwerk das heißt von diesem switch aus kommend können wir hier eine entsprechende stromversorgung nämlich schaffen und das mache ich doch mal schnell wir benötigen hier also ein weiteres umspannwerk hier kommt der edeka 2000 jetzt aus svidawa bemannt an ja und bevor wir uns um strom kümmern werden hier zusätzliche signale nämlich mit aufgestellt das würde glaube ich sinn machen denn wir wollen hier natürlich nicht die durchfahrt des zugverkehrs dann behindern ist ein bisschen blöd hier mit der straße eigentlich gelaufen muss ich sagen ja aber egal oder zur not können wir die straße umlegen das kein problem die kann auch hier hin und sich dann hier anschließen da lassen wir uns nicht von bange machen von hier aus müssen sie hier rein fahren um hier nämlich umdrehen zu können genau damit er dann in diese richtung weiter fahren kann so hätten wir hier eine bessere durchfahrbarkeit hergestellt und könnten jetzt noch entsprechend hier nämlich das umspannwerk mit anlegen da war ich ja gerade dabei ein umspannwerk welches dann die drei stromverbraucher das ist das lager die fertigungsstrecke an sich und den s-bahnbahnhof hier auch erreichen kann stellen wir das ganze hier mal mit hin würde ich sagen ja so können wir das machen genau und binden das über eine mittelspannungsleitung an da sollte auch eine 1,2 megawatt leitung reichen gehen wir das risiko mal ein ich denke dass das reicht zumindestens hoffe ich es da müssen wir mal sehen dann im einzelfall ob das so klappt hier gehen wir durch diesen eisenbahn kreisverkehr und müssen ach das ist unschön leute schaut mal hier der ausgang ist hier vorne das unschön eigentlich müssen wir uns ja müssen uns somit anschließen es geht nicht anders das heißt hier wäre es möglich so ein paar masten einzusparen und von hier aus gehen wir so heran ja und die zusätzlichen masten die werde ich im anschluss an diese episode hier nochmal rationalisieren würde ich sagen das ist also eine arbeit für danach das macht aber nichts denn ich denke dass wir ganz gut vorangekommen sind die forstwirtschaften werden errichtet dann geht der eisenbahn also der gleisbau hier in diesem bereich voran hier ist ja swedawa zugeordnet das läuft also ganz gut hier hinten der tunnel den schauen wir uns auch nochmal an dann wäre natürlich schön wenn der hier endlich mal fertiggestellt werden würde macht aber auch fortschritte hier ist dieses element leider noch nicht fertig deswegen kommen sie da noch nicht ran alles klar also unser eisenbahn baubüro hier in kolani kümmert sich vorrangig hier um den tunnel wird also in kürze auch diesen eisenbahn kreisverkehr errichten können das sind wunderbare fortschritte wirklich und dann möchte ich jetzt nur noch mal schauen ob die baustoffversorgung hier eigentlich gesichert ist denn hier zum beispiel das kieslager ja das lehrt sich jetzt wir haben einen enormen kiesverbrauch hier jetzt gerade nur noch knapp 1000 tonnen sind hier nämlich vor ort aber da sollte eigentlich der pendelzug hier nach swedawa unterwegs sein der müsste jetzt hier auch bald mal ankommen hier wird gerade zement geliefert schau mal ob hier der kieszug irgendwo aufzuspüren ist hier auf der strecke ist er jetzt gerade nicht hier ist ein stahlzug unterwegs kann natürlich sein dass er hier gerade am kies laden ist da können wir mal gucken ne hier steht er auch nicht leute und das kieslager hier ist hoffentlich gut gefüllt die füllen es gerade wieder auf das seht ihr aber hier unsere bruchsteinindustrie die kommt auf jeden fall hinterher da können wir also recht zufrieden mit sein die ersten fahrzeuge hier sind auch schon fertig gestellt worden insgesamt zehn stück von den 24 glaube ich die wenn auftrag gegeben hatten das läuft also ganz gut und diese zehn stücke die könnten wir auch schon hier jetzt nach kolani befehlen denn mit den 25 km h höchstgeschwindigkeit da sind die natürlich recht lange unterwegs oder wir lassen sie rüber fliegen können wir auch machen aber es ist nicht so eilig wir haben die zeit um ihnen hier auch den eigenen straßentransport zuzumuten das hatte ich ja gesagt eine der letzten vorhaben für diese episode denn das fände ich ganz schön wenn wir uns darum noch kümmern würden wäre hier eventuell noch die asphaltierung nämlich der strecke die wir angesprochen hatten dafür werde ich hier jetzt mal eine umfahrung mit anlegen denn hier sind so viele baustellen lkws unterwegs dass es durchaus sinn macht hier diese gesamte strecke nämlich zu asphaltieren hier dann würde ich vorschlagen bis zu dieser kreuzung hin das heißt hier brauchen wir auch eine umgehungsstrecke das sind natürlich nur temporäre umgehung das wisst ihr die kommen wieder weg von hier aus könnten wir uns hiermit anbinden genau dann ziehen wir hier eine parallelstraße ja hier wird es ein bisschen tricky mit dieser überführung also hier mit dieser was ist das eigentlich dass eine pipeline mit anderen worten das heißt da kommen wir so direkt nicht dran da müssen wir dann großzügiger umfahren hier dagegen hätten wir alles zugewiesen ja das passt und damit sie hier dieses stück fertig stellen können da müssten wir hier eine umfahrung schaffen die er einfach hier dann irgendwie durchgeht so sollen sie hier nämlich dann wieder rauf fahren das heißt das stück hier können wir auch zuweisen schneiden vorübergehend hier das eingangslager von der von der kies recycling anlage mit ab macht aber nichts denn das letzte stück wäre dieses hier hier hinter der tankstelle entlang genau da können wir hier an die straße mit heran und hier die zufahrt sicherstellen auch hier die zufahrt zur tankstelle natürlich prima das heißt das kann jetzt alles direkt auch asphaltiert werden können wir direkt zuweisen ohne hier hoffentlich negative effekte nämlich zu erleben die asphalt anlage die muss natürlich für die asphaltierung dringend befahrbar bleiben bis hierhin haben wir gesagt und von hier aus geht es denn in diese richtung weiter voran bis hierhin von hier aus hier entlang bis zu dieser kreuzung ok ja dann gehen wir hier noch mit an die straße heran das sollte auch ganz hübsch aussehen denke ich das heißt hier sagen wir auch einmal unserer bauwirtschaft noch bescheid und sind damit recht zufrieden eigentlich mit dem arbeits erfolg nämlich der heutigen episode diese arbeit die liebe genossen die werden wir morgen fortsetzen wenn ihr die folge heute seht am donnerstag denn morgen am freitag ab 19 30 da können wir hier im stream natürlich auch weiter arbeiten aber da haben wir denn auch die gelegenheit die hymne trans australiens hier weiter auszuarbeiten denn dort sind neue vorschläge gekommen und da freue ich mich natürlich schon drauf dann zusammen mit euch hier nicht nur die hymne auszuarbeiten sondern auch trans australien an sich voranzutreiben wenn es euch gefallen hat daumen hoch für die folge nicht vergessen und wir wir sehen uns dann morgen abend live im stream ab 19 30 oder aber wenn ihr keine zeit habt dann in der nächsten episode bis dahin euch alles gute tschüssi